Hallöchen, Freunde. Servus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ich bin überladen. Mal, äh, wieso, blä, 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 so wie immer. Wir könnten mal probieren, Madame hier, ne? Ist das ein Zweihänder? Einfach nur ein langsperrt. Weil sie hatten wir ja umgeskillt. Geil. Sieht schon nice aus. Äh, ich hab übrigens auch herausgefunden, was mit der Waffe hier passiert ist, die wir geschmiedet haben. Die ist in der Folge, da hab ich mal wieder nicht aufgepasst, ähm, als wir gegen diese Truhen gekämpft haben. Die so zu Monstern geworden sind. Gab's ja so Truhen, die halt so Monster geworden sind, ne? Ähm, und da hab ich, äh, hat eine Truhe, äh, Kalach entwaffnet. Und ich hab den natürlich, äh, so schlau wie ich bin, in den Hang runtergekickt. War ein bisschen dumm, ich weiß, aber, äh, ja. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern, ne? Shit happens, würde ich sagen. Warum hab ich denn so viel Zeugs? Ich muss echt den ganzen Shit mal verkaufen hier. Okay, äh, was ich eigentlich probieren wollte. Ähm, ich möchte gerne einmal hier durchmarschieren mit dem ganzen Trupp. Gucken, ob da irgendwie eine neue Dialogoption rauskommt. Ich weiß jetzt, werden alle vergiftet. Das ist mir klar. Okay, er kommt nicht, warum auch immer. Aber hier können wir nichts machen, anscheinend. Kann ich denn da runterspringen? Auch nicht, ne? Oder kommt man da später hin? Ich hab keine Ahnung. Okay, dann, äh, maschieren wir einfach mal zurück. Hier passiert also nichts Neues. So, alle Mann da? Natürlich nicht. Äh, äh, äh. Bäh. Äh. Äh. Äh? Ah, Rettungswurf gelungen. Perfekt. Sehr gut. Sind jetzt wieder alle zusammen hier? Yes. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben jetzt alles hier fertig. Reise durch das Unterreich. Genau, und das Teehaus. Von Ommelum. Erreiche den Gebirgspass. Reise durch das Unterreich. Das machen wir jetzt. Leute, wir gehen jetzt durch das Unterreich. Ich habe ein bisschen Angst. Nur ein bisschen. Ein bisschen viel. Weil normalerweise brauchen wir diese Mondlaterne. Ich glaube, ich hatte schon mal eine. Wusste nicht, was ich damit machen muss. Und habe sie wieder vertickt. Das war natürlich dumm. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, ob wir jetzt überhaupt da durchkommen. Ich speichere mal. Speichere mal hier drüber. Jo. Falls es komplett schief geht. Okay, let's go. Hereinspaziert, hereinspaziert. Jo. Ab durch das Unterreich. So, da sind wir wieder. Äh. Okay. Wer bist du? Merlin? Ne, Gandalf. Gandalf. Alter. Krass. Gandalf einfach hier. Okay, ähm. Gut. Wir marschieren einfach mal weiter hier. Da ist eine fette Truhe. Absolutisten-Expedition. Ah, immer die mit ihren Absoluten. Verschlossen. Schloss knacken. Zehn. Kriegen wir hin, glaube ich, oder? Fünfzehn. Oh, Gott sei Dank. Geöffnet. Wow. Trank des... Oh, Gott. Ja, gut. Ähm. Cool, du kannst auch mal was tun. Tafel. Machen wir jetzt mal ein bisschen Licht hier im Dunkeln. Okay, äh. Ich hab ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Hm. Ich hab das. So. Ist das ein Geist? Ne. Müder Wanderer. Das macht nur ein müder Wanderer hier. Oh. Er rastet im Lager, darf ich erfragen, wagen? Äh, wer zu erfragen, wer zu erfragen wagt. Oh, das ist ja nicht. Oh, das ist ja nicht. Oh, das ist ja nicht. Ja, ich kenne Gell, er befindet sich im Lager. Ich fürchte, ich kann euch ein Negatives kundtun. Ich kenne keinen Gell. Es wäre mir ein Vergnügen. Ihr werdet gewiss keine Mühen haben, unser Lager ohne meine Hilfe zu finden. Wir sehen uns später dort. Oh, ja, komm. Okidoki. So. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, Gell, wo ist euer Deko rum? Oh. Oh, ja. 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 Ich wundere mich nicht an deine Überzeugung, aber Gale hat eine unvergültige Vorteile. Die Orbe. Genau. Mystra hat mir die Macht gegeben, um zu stoppen die Klocke, als es gibt, auf die Orbe zu übernommen. Insofern, du kannst du die Lethal-Combustion auswählen. Interessant. Das ist monströs. Ihr verlangt von ihm, sich selbst zu töten. Sagt, was ihr wollt. Doch ihr könnt Gale nicht zwingen, das durchzuziehen. Wir werden die Absolute und Gale mit einem Streich los. Doppelt schön. Er ist nicht. Aber es scheint, Mystra ist. Es bringt mir keinen Spaß zu sagen, mein Freund. Aber so ist Mystra's will. Ihr müsst, das ist die Sacrifice, die die Absolute verletzt werden. Und für dein Sacrifice, du werden dich verletzt. Das ist Mystra's promise. Und mit dem, ich habe meine Sorry-Pieße gesagt. Und ich muss nur den Charm, die ich gebeten. Mein Herr, 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 mein Herr. Es ist fertig. Both Charge and Charm have been committed into your care. To you I commit into care Gael himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. On my honor, I'm not sure yet I can say the same. Like moons make swell and wane the Nessian seas, so too the skies-truven gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, an ocean born in lonely hours. Come, ebb, come, flow. Come, all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. Okay. Nice. Gail, who's up? Ach, da. Just what I need. A audience with Elminster is never less than memorable. I hope to introduce you to him in less dire circumstances. But those are hard to come by these days. The doddering act is merely an illusion. One, he's most adept at maintaining. Elminster is the most formidable wizard in the realms. Perhaps in existence. For Mystra to have sent him, the severity of her bidding could not be clearer or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling. To realize how little of it one might have left. Are you serious, what Elminster said? Of course. We offer the clear solution to our problem. All I have to do is find the right place and time, close my eyes and let go. Oh, yeah. Then the slate will be clean. Wrongs will be righted. The absolute will be gone. And I along with it. Oh, yeah. No doubt she has the power to do so, but as for the permission, AO would not look kindly on her meddling in mortal affairs. Divine intervention has a tendency to make things worse, not better. As for Elminster, he saved the realms more times than legend can recount. The attack on a god is no easy feat, even for him. My orb is the best chance we have. And only I can wield it. If there was, I'm sure the goddess of magic and the greatest wizard who ever lived would have identified it. But alas, only one solution is offered. That remains ahead of us for now. The heart of the absolute must be discovered before I can stop its beating. Let's save such certainty for the moment such a decision is upon us. You may feel differently, once we know what we're truly up against. Oh, man. Richtig Depri-Folge heute. Schatten jetzt, was sagst du dazu? I can't believe Mr. actually expect scale to just sacrifice himself like that. Seems like a waste of a fine mind. You're not going to die. No, 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 no. You are not going to die. I want to talk a little. I want to talk a little bit about something. Very serious of you. But go ahead. You come with me. You come with me. You come in the last time up. I want us to know what you mean. Okay. Bis dann. Tschüss.